Willkommen zu Part 3 von Let's Play Yoshi's Woolly World. Wir machen in diesem Part weiter mit 1.3 und beeilen uns sehr, damit der Part am besten noch kürzer wird. Juhu. Ja, wie ihr gesehen habt, ich rusche hier schön durch die Overworld. Ja, und ohne Trickanstecker, wie immer, geht's weiter. Und ja, wie gesagt, wir kennen die ganzen Level schon und wir machen auch auf jeden Fall nur einen Part. Und ja, sag mal, als den letzten Part mal aufgeklärt, obwohl das ziemlich behindert ist, aber wir können es leider nicht anders machen. Naja, freust du dich jetzt? Ne, ich freu mich jetzt. Warte, Moment. Na, da brauchen wir schon diesen Oschi hier. Ich mein, es ist zwar ein bisschen langweilig, aber trotzdem macht's noch Spaß. Ja, eben, weil wir's kennen. Ab zweiter Welt ist es dann auch wieder Play. Bäm! Okay, wir brauchen ihn trotzdem. Kannst du mich überrollen? Ne. Hihi, hihi. Halt mich stärker als zuhören. Bäm! Weg des Ding. Wieso setzt meine Musch? Du setzt den Tumor ab. Ja, ich bin zu langsam. Juhu, ein Stempel. Und hier gibt's ein Springe-Ding. Womit wir nach oben können. Da ist die erste Blume. Und wir haben auch schon einen Haufen Stempel jetzt gesammelt. Okay. Ja! Das ist das Opfer. Ja, hier war ja nichts weiter. Und hier kann auch nichts sein, weil wir haben ja noch keine Eier gekriegt, beziehungsweise Wollknäuelbälle. Wolleier. So, und hier... So, und hier... Aber hier jetzt, gell? Hier war ja dieses Blöde, wo ich's mal versaut hab. Ach, da ist nichts. Ach ja, stimmt. Da war da nichts. Ey, das ist was los. Ich bin da schön auf deinen Nischel drauf. Yay, und der erste Checkpoint, der das eigentlich überhaupt nicht bringt, oder? Nee, das ist ja. Vor der echten Checkpoints, ja. Ja, vielen Dank. Und hier sind ja diese Opferviecher da unten. Können wir auch irgendwelche. Oh, cool, ein Checkpoint. Ich hasse diese Scheißfücher. Und auch immer schön so den Dingens danach einfach nicht irgendwie so lange. Ich nehm mal die Herzen, gell? Ja, nehm die Herzen. Vielleicht schaffen wir es ja mal irgendwann in den Part die Herzen hinzukriegen. Oh, das war jetzt nicht so perfekt. Fuck, ich wollte den anderen wegnehmen. So. Ich komm her. Einen Checkpoint, okay. Ah, warte. Oh, schön abgekriegt. Ganz hoch. Oh, das packt schön. Okay, da ist die nächste Superwolle und ich guck mal nach, ob es hier vielleicht noch was gibt. Okay, tatsächlich, da war ein Stempel, dann hol ich mir jetzt so. Oh, Entschuldigung. Wow. Ich find's lustig. Ah, hier ist die Superwolle. Die erste müsste das sein. Jetzt wieder schon. Ja, er hat doch vorm Ziel. Äh, vorm Start. Vorm Ziel, alles klar. Ja, stimmt vorm Start, das war's. Ja, das wär auch ein bisschen böse, wenn man hier alles wegmachen muss. Egal, es gibt ja nichts mehr. Okay, weiter geht's. Ah, ja. Ah, genau, und hier dieser, dieser Kram. Oh, du kannst ja die ruhig schneiden. Na ja. Ja, bis eben, das kannst du immer schon mal kennen. Und hier kann man jetzt hier diese riesen Pilze hochgehen. Bäm. Uh. Und es wird hell. Juhu. Ja, ihr seht das wahrscheinlich sowieso nicht so doll, so hell, weil YouTube macht ja alles dunkler, aber na ja. Ja. Oh, das ist so ein nice shot, alter. Okay, alles durchgehend. Ich hab mir fast alles aufgeräumt. Na. Und da ist die dritte superwolle, äh, wunderwolle, Entschuldigung. Die ist ja echt schwer. Ja. Warte mal, nicht. Gibt's nicht mehr. Ne, okay, man kann ja nie wissen. Ne, man kann echt nie wissen. Ja, bei diesem Spiel, das ist echt, äh, so krass. Das ist, äh, diese Viecher hasse ich, weil man das nicht als Gegner anerkennt, sondern einfach als irgendwelche coolen Lichteffekte. Stell auf den Lichteffekte. Hä? Aber man kann die aus der Luft essen, man kriegt dann aber keine Wolle. Hä, ist das dein Ernst? Ja. Hab ich grad gemacht. Das lohnt sich ja überhaupt nicht, ey. Ja, komm. Weck das Opfer. Uiih, und da oben, da muss man auf jeden Fall nicht so viel wegmachen hier von dem blauen Zeug, sonst, äh, kriegen wir ja das, der Lidas Blume nicht. Ja, doch, man kann da einfach mal Wollball hochladen. Ja, natürlich kann man das machen, aber so ist das nur einfacher, ne? Ich find's mit nem Wollball einfacher. Entschuldigung. Ich find das aber lustig, das ist nicht so gegenseitig. Opfern. Oh, nice shot. Hab ich noch irgendwas getroffen? Ja, ich hab dich getroffen. Achso, haha. Hier unten, das hab ich schon gleich als erstes Mal gesehen. Guck mal, erstmal hier Opfer. Ah! Scheiße! Ich hab den gar nicht gesehen. Schön beide geopfert, ey. Okay. Na ja, nicht so. Hat sich gelohnt. Okay, das Ding, nehm ich mit. Ich muss erst dann nochmal. Um hoch. So. Wir dürfen nicht vergessen, noch dahinter zu gehen. Wo hinter? Na hier hinter. Was waren da? Na hier. Ach da? Das hab ich noch nicht gesehen jetzt. Hier kann man stehen. Ja. Das war nicht glaub ich so, dass du so. Das stoffert jetzt auf jeden Fall wie im letzten Part schon. Wir haben gleich die Probleme mit dem Zielen. Okay. Und diesmal achten wir auf jeden Fall drauf, dass wir alle haben. Du kriegst das irgendwie nicht hin, oder? Nee, ich weiß nicht. Kannst du nur nicht teilen? Oh ja! Ja, als ob das so ein Vieh wartet. Wie kommt das überhaupt dahin? Das kann doch auch nicht springen. Das ist hässlich. Oh, ich rast noch alles. Was? Gucken wir, ob er sich verharzt nach vorne. Achso, ne, du bist wieder voll, okay. Ah, hier war er was. Ja. Das haben wir doch geantwortet das letzte Mal. Das haben wir doch geantwortet das letzte Mal. Das haben wir doch geantwortet das letzte Mal. Da ist ein Schämpel. Wollt ihr noch was? Der war doch noch was. Nee, der war nicht mehr. Komm, lass mal noch Farmen gehen. Komm, lass welche Farmen gehen? Achso, ja. Gut. Ich weiß nicht. Da gibt's bestimmt, dass wir unten wieder irgendwann ein Farm gehen. Ich hab's hier echt nicht noch mehr. Irgendwie kommt mir das voll so vor, als ob es hier noch was gäbe. Nein, nein, alles gut. Nicht, dass wir dann ja auch vergessen, wie wir jetzt ein paar dauer werden. Dadurch, dass wir nur noch ein Lobort machen, haben wir ja sowieso immer ein bisschen mehr Zeit eigentlich. Ja, das ist praktisch. Ah ja, das Ding hier weg dann. Wir haben ja genug. Genau, das war ja mal unser Problem, weil es hier nichts mehr gab zum Farmen. Also wir wollen das erst mal zu Ende und dann gucken wir uns hier um. Oh, ich hab mich schon vorher umgeguckt. Wie schrecklich. Gibt's da nicht ne Blume? Pass auf, dass viel kommt. Ach nee, da gibt's keine. Keine Blume. Äh, guck jo. Zack. Ist aber weg. Okay, cool. Hey, das ist ja dieses Opfer. Da muss man ja den Ball da noch da behalten. Damit man da als Einzelspieler hochkommt, ne? Das stimmt ja. Das hier haben wir damals nicht gefunden. Ich frage mich, wer das nicht finden kann. Ich frage mich, wer das nicht finden kann. Ich frage mich, wer das nicht finden kann. Ich frage mich, wer das nicht treffen kann. Gott. Ein Stempel. Okay. Dann gucken wir jetzt weiter, weil man ja schon was freigemacht. Hier kommt man nicht rein. Ja. Weiß das alles schon manchmal. Ja, da muss ja was sein. Ich geh mal weg. Ey, wie ich dich immer wieder treffen. Wow, wow. Du musst das noch... Oh, cool. Oh, ja. Ich find das möglich. Ey, das war aber auch ein geiler Shot. Okay, Blume. Vierte Blume. Okay, da war nichts. Die letzte wissen wir auch. Die hatten wir auch Probleme mit. Stimmt, gab's hier oben noch was? Nee, da sind drei solche Blöcke. Oh, was sieht denn immer schwarz aus? Weiß nichts. Ja, ich seh's. Ich wollte mich ja nur vergewissern. Okay, das ist ja alles für immer. Hä, das ist ja das übelste Opferblume, ne? Nee. Äh, vor allem Blume. Ja, aber ja. Von der anderen Seite ran. What the fuck? So, das hasse viel. Du triffst dich immer. Ist vollkommen wurscht, wo ich hinmache. Ich treff dich immer. Das ist lustig. Oh, einfach weggeopfert. Bäm. Okay, ich geh jetzt mal hier runter. Warte. Ja, Nestshot. Hier war noch ein... Ich hab das fast alle viel getroffen. Okay, los geht's. Ab nach unten. Ja. Ja. Okay. Okay, alle Wolle. Letztes Wunderwolle. Und weiter geht's. Ja, wir hätten hier vielleicht nicht alles opfern sollen, ne? Nee. Ach, da ist es ja noch. Wo ist es hier? Ja, hier ist es. Okay, gut. Da ist die Blume. Ich frag mich, wie man die... Wie man da drauf kommen soll. Aber ist ja egal. Oh, wir haben's drauf gekommen. Wir sind drauf gekommen. Ganz von alleine. Gut, ich hab noch genug. Ist ja noch voll blind das Projekt jetzt. Ja, sonst müssten wir auch nochmal zurückgehen und was holen da. Und da musst du jetzt hochgehen, sonst... Ja. Sonst sind dann meine Bälle weggeglitscht. Ah, weggeglitscht will ich nicht. Wir lassen dieses Vieh einfach dort. Gab's nicht Herzen? Nein, das ist dieser Ball. Ach, das... Ey, lass mich auch mal ein paar holen. Ich hab auch keine mehr. Ah, hier gab's doch noch... Die muss man drinnen, ja. Ball. Wiss ich gar nicht. Weil sonst hätte man die nicht wieder einfach passt. Ach, ne, doch nicht. Wir haben alle. Wir haben alles jetzt schon mal den Ball. Ja, weil wir cool sind. Das ist einfach bester Grund. So, und los geht's. Ja, bam, weg das Ding. Da hätten wir nämlich alles ja schrotten können, aber eventuell hätten wir dann ja keine Bälle mehr gehabt. Und von daher, ja, klar. Dann nehmen wir einfach mal mit. Ja, guck, die Blumen sind nicht unten gewesen, aber wir haben sie trotzdem nicht. Ja, ich hab keine Ahnung, wie das ist. Dann machen wir noch ein Bonusspiel. Ja, da sind wir wenigstens bei zwölf Minuten dann oder so. Ja. Haben wir... Ja, Herzen haben wir auch, gell? Haben wir eigentlich alles, gell? Ja, ja. Ja, man ist immer cool. Ich. Sechs Herzen ist das alles. Das stimmt. Aber ist egal. Yeah. Okay, nächstes Spawners mit dem Spiel und das müsste jetzt dieses sein mit diesem anderen Kram, wo... also das andere Spiel, was wir noch nicht gesehen haben in diesem Display. Ja. Das ist schön, das kann ich... Das ist schwieriger. 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 Okay. Und dann sind wir jetzt auch hier mit Level 1,3 fertig. Ja, jetzt können wir noch den Yoshi zurückbringen, damit wir schön den Part noch ein bisschen verlängern. Ne, wie willst du den Yoshi zurückbringen? Das geht ja nicht. Na doch, ich bring meinen hoch. Ach so. So. Erstmal wird jetzt der Yoshi... Oh. Juhu. Du hast 50 Stempel auch schon hergefunden. Du hältst dafür einen neuen Stempel. Eigentlich schon 60, ja. Aber ist egal. Trotzdem 50. Also, die haben wir dann zwar überschritten... Ach Mensch... Ach geil, der Bonbon Yoshi. Erkläre ich sowas überhaupt? Ja, keine Ahnung. So. Erst vorgehen. Achso. Na ja. Freilich. Das ist die Burg. Genau. Ui, das wird interessant im nächsten Part. Auf jeden Fall. Sehr. Ja, jetzt bin ich weg, oder was? Ja, lass mal eben den ersten hier stehen. Ist egal. Den vom ersten Level, da wissen wir ja dann, dass das der vom ersten Level ist. Ich frage mich auch, warum der da steht. Hm. Ich lass meinen bei dem Level stehen. Du gehst jetzt zu dem und lässt deinen dort stehen. Und ich nehm dann wieder den aus dem Castle. Ja. Na gut, wir müssen nichts offscreen machen. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part. Ja, wir hoffen euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Like da lassen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert uns auf den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.